was geht ab was geht auch leute herzlich willkommen ja neueste evolution video wir sind im endless twilight 16 1 tankbomb und ich habe direkt einen fehler gemacht ich habe keinen creed bei vengards nominiert bei den 20 helden belastend ja bei dem ist hier eigentlich nur zu beachten dass diese drei vier hier vorne die springen auf den mittleren helden ich habe jetzt in die mitte mal leo gepackt ich hoffe dass er das aushält und wir schauen mal ich denke mal das bohr sowieso sterben wird ja ansonsten habe ich halt hinten in der backline einer masradi zum heilen und rest der ein bisschen die ulti zu meiner helden zwischen soll ich muss noch mal gucken ob wir eher nord pushen oder ob wir leo pushen müssen wir mal schauen wer hier ein bisschen mehr struggle hat zu überleben ansonsten sehe ich schon direkt dass die hier gut damit auf jeden fall auch ausmachen raushauen die hauen gut damit raus das wird auch nicht einfach wahrscheinlich die stage dadurch schon ganz schön knapp bei nord leo und auch von trouble schmeckt nicht aber dass das irgendwie geregelt kriegen hier sehr eng aus leo kann sein ulti nicht machen kommt schon wer hat er seinen mund trotzdem verloren blöd konnte nicht unten die ganze zeit ober einer p oh mein gott der schaden ist gut müssen die vier jetzt kaputt kriegen wir haben auch nicht mehr viel kommt schon zwei stück doch das könnte vielleicht klappen das ist auch nicht so schlimm glaube ich ich sage jetzt stirbt nicht mehr nord wegen dem fehler keine ahnung wie viel schaden ist dieser art das noch machen kann oh auf jeden fall ein bisschen kommt verreckt ok gut schon mal das erste level haben wir immer schön geschafft es gibt hier wieder eine gene mutation crystals stufe 2 dann gibt es dafür noch eine portion also eine potion und 200 diamonds ok ja keine ahnung wie diese damage wertung funktioniert aber interessant man kann jetzt auch nicht zurück ok man kann nicht zurück und den anderen floor und den score verändern ok man kann nur weiter machen ok das ist ein energy bond da machen wir das mal dass wir so aufstellen so aufstellen und das und das rein nehmen und dann brauchen wir hackadon vielleicht in dem hackadon mal mit machen das mal so hier das was wir am meisten dinge zahlen test das erst mal so aus du bist jetzt mal hinstellen ist ja das sind diese ich hatte immer die kleinen dinge da auch noch wieder hinstellen da sind die kleinen dinge jetzt muss man halt schnell genug weg bekommen sonst explodieren die das macht dann richtig schaden auch das sieht erstmal relativ gut aus schon die nordult ja nordfire ist hier super gut ihr seht das da sind neue ich mach da mal die ult drauf ja ohne nord geht das hier wahrscheinlich sehr schwer mit nord geht das relativ easy das macht mir jetzt erstmal nicht so viel sorgen dieses level Gott sei dank hier ganz gut durchgehen hier unten steht noch einer hier unten steht noch einer ist doch komisch mit der nord auf jeden fall mit der ulti nicht springen na gut ist doch jetzt ist der erste wurm hier tot auch den letzten wurm ich lass mal langsam hier angehen die hoffnung dass wir so viele ultimates wie möglich mitnehmen können aber ja müssen wir ultien okay das ging gut das level okay man kriegt für jedes level ein so ein ding mit okay das ist der cc bond naja das ist der cc bond dann brauchen wir hier auf jeden fall dann würde ich noch leo safe mitnehmen noch daniel glaube ich so wir gehen erst mal so rein ich hoffe dass das passt schauen wir mal der match kommt denn da schon direkt haben ja direkt damage des grauens was habe ich leo gepusht das wollte ich eigentlich gar nicht ist aber auch besser wenn wir leo pushen für den cc da pushe ich einfach hier lieber leos ulti dann haben wir auf jeden fall safe mehr cc und jetzt mal wenn leos schild explodiert kriegen wir cc was gutes jetzt hat leo fast die ulti voll dann nehme ich jetzt mal nord und jetzt auf einmal verreckt aber ich glaube das hat haben die tanks gemacht hat irgendwas gemacht wir müssen versuchen dass wir mit nord aug die augs vielleicht ein bisschen nach hinten ziehen das wäre vielleicht ganz gut ich glaube dass da jetzt irgendwas gewesen ist also versuchen wir ein bisschen hoch nach hinten zu ziehen mit nord jetzt erstmal noch mal die nord ulti so anders konnte ich mir das jetzt nicht erklären das war auf jeden fall irgendwas von oak da muss denn jetzt zu nah dran gestanden haben ich hoffe dass das nicht noch öfters passiert brauchen wir ein bisschen glück beim timing halt auch wir halten jetzt mal lieber hier die black line ich war gar nicht darauf geachtet dass die überhaupt schaden bekommen so wirklich und ich versuche die halt mit der nord ult so weit wie möglich immer wegzuhalten ist auch noch schön mit leo weg gepusht ich hoffe dass das irgendwie sinn macht ich hoffe dass das irgendwie sinn macht leo ulti wir heilen hier hinten auf jeden fall oh gut res hatte gerade die ult die aggro nicht gut ich hoffe nicht dass res jetzt stirbt dadurch das wäre ein bisschen satch heilen der eine ist tot das war ein ap lifestyle aber in sind auf beiden nicht geil die augs war richtig aber ich habe angst habe richtig angst einfach gerade bitte schießt mir jetzt nicht auf die backline ihr seid absolut verrückt wie viel halten sie aus die sterben einfach nicht die augs schaffe ich das überhaupt in der zeit ich muss noch was um hätten wahrscheinlich und ich halte brauche ich habe richtig angst um ein masseraden und mein mess und einfach alles was ist hier krank das richtige zittern die angesagt haben holy shit ich zitter jede sekunde dass es einfach einer one shot ist ja da ist einer one shot ich zitter jede sekunde was ist das noch mal aber wir waren kurz davor das zu schaffen krass was hier abgeht ich brüche ich doch lieber nord ulti weil wir brauchen echt damage sehe ich am ende hier zählt einfach am damage auch schneller geht dass wir ein bisschen weniger zittern müssen ich will nicht so viel zittern müssen muss ja richtig zittern jetzt gerade muss ich sagen es ist schon wieder einer p so aus machen richtig schaden schnell ist einfach nord in der hoffnung dass der einfach mehr schaden jetzt macht wir weniger dadurch diese kranken hits bekommen aber einer p habt ihr gesehen nord ist einfach hier auch richtig in gefahr oh mein gott was war jetzt los das war nicht der geile zwei vielleicht muss ich doch die leo sie pushen weil ich habe gesehen das war die demo von dem ein typen da der schaden ist ganz schön heftig da brauche ich auch anpu anstatt ich weiß nicht man denn jetzt ja auch nur ich weiß es noch nicht erst mal probieren wir so wo ja ja das sind wieder ein paar twice wieder schwitzig unterwegs hier auf jeden fall dass ich das so sehr ja ich habe daneben geklickt fat finger prime super jetzt habe ich richtig geklickt oh leute habt ihr die level schon gemacht der richtig spaß jetzt habe ich kein cc gehabt da ist auch ein bisschen lack mit den timings glaube ich mann schade er die eine runde haben wir fast geschafft und dann ist auf einmal noch nord abgekackt jetzt muss ich wieder ein bisschen schwitzen das ist ein bisschen blöd dass dann hier da einfach gerade nicht hinten hinkommt wo einer p so kräzzy dies ist so kräzzy Zerati, auch einfach 1 AP. Oh, ich habe richtig... Was ist das gerade? Das ist ja einfach so, dass dieser dicke Schaden dann auf einmal kommt, des Grauens, ey. Ja, jetzt machen die alle noch mehr Schaden, super. Ich hoffe, dass dieser eine Dude jetzt hinten wenigstens schon mal gleich tot ist. Der ist schon mal tot, das kommt jetzt noch auf die Dinger hinzielen, komm schon. Bitte. 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 Oh, Mann. Oh. 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 Oh, mein Gott. oh mein gott was geht denn ab leute hätte ich vielleicht was rad und die pushen sollen am ende jetzt vielleicht steht das müssen wir schaffen ohne was zu verlieren das geht auf jeden fall zu schaffen jetzt war ich nicht konzentriert damit ich hätte wahrscheinlich die masrani ulti noch mal am ende machen sondern einfach heilen soll ist das schwer das will also ich finde es will das schon gemacht das level der damage der auf einmal reinkommt ist krank 1 api mal ran 1 api alles Ich habe ihn noch dran. Nein, was ist jetzt mit Daniel, ey, oh mein Gott, schwitzig, schwitzig, juhu, wooo, ich kann wieder nirgendwo klicken auf einmal nein ich krieg den hinten nicht in die daniel ult oh mein gott ich hab's gesehen dass er los ich krieg ihn die ganze zeit nicht in die daniel ult man muss ich denke hier einfach mal in die mitte stellen vielleicht aber dann hat der nur die 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 Er startet sein Ding mit seinem Arsch, oder? Vielleicht nicht ganz, Glück gehabt Gerade stehen wir ganz gut beisammen, muss ich sagen Glück gehabt Viel Glück gehabt bis jetzt Aber das bleibt jetzt erstmal Ne, 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 ne Ne, ne, ne Was ein Level Das ist schon wieder ein Level Da kommt richtig Freude auf Das finde ich Sagt mal eure persönliche Meinung Wie findet ihr dieses Endless Trilad Ich finde das ist jetzt einfach nur nochmal Eine ganze Woche schwitzen Ich finde es ein bisschen zu much Also ganz ehrlich Klar gibt nochmal coole Rewards Und 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 Aber ich finde es ein bisschen zu viel Geschwitze Ganze Woche Jetzt muss man nochmal wieder versuchen So viel Ich finde Trilad ist mittlerweile ein bisschen Sehr belastend Also meine Meinung Kann natürlich eine andere Meinung haben Aber ich weiß es nicht man Man sitzt dann wieder Stunden davor Und probiert dann halt die Levels zu schaffen So wie jetzt ungefähr Ja ich Video wird auch schon wieder viel zu lang Ich muss jetzt gleich erstmal Ja geil Jetzt pusht er den wieder so weit weg Ich kotze im Strahl Ja da sterben wir dadurch jetzt wahrscheinlich Weil der eine so weit weg gepusht ist oder Ja das ist unser Ende Ich habe irgendwie das Gefühl Ich muss jetzt mal gucken Dass ich eine Masrani ulti extra pushe Aaaaaaah Mann Ich wollte es gerade machen Ich wollte es gerade Masrani mit res pushe Aber es ist zu spät gewesen man Weil einmal Leo den da komisch weg gepult hat Ach So eine Gülle So eine Gülle Ja Zum Scheitern verurteilt hier ey Oh Gott Mann ich klicke doch immer daneben ey Mann ich bin auch Fettfinger Prime Klicke immer neben die Ulti Mann Es ist so ein Kotzen Klicke immer neben die Ulti Mann Es ist so ein Kotzen Aua wie viel Schaden Aua wie viel Schaden Ich muss an diesem einen Typen da dranbleiben. Das sieht ganz schlecht aus irgendwie. Ja, das sieht ganz schlecht aus. Ich weiß, dass es schaffbar ist, aber es ist so ein Geschwitz. Ich schwitze das eben ohne euch durch, Leute. Das wird mir zu lang. Also ich habe jetzt hier mal ein bisschen vorgeschwitzt. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal reichen wird hier. Stage ist schon geglich. Ah, das sieht erstmal alles noch okay aus. So kann sich hier Sekunde ändern. Was ist das, Mann? Einfach reput, Mann. Oh, ich schwitze nochmal. Oh mein Gott. Einfach kaputt. Instant. Okay, nächster Versuch. Ich hoffe, dass es jetzt reicht. Mir reicht es auf jeden Fall hier mit der Stage. So ist das schon mal sicher. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Das war schon eine heftige Stage. Oh, wow. Ein Vöglein. Ja, die Vöglein werden auch interessant. Glaube ich. Weiß ich. Leute, wir machen hier erstmal einen Cut fürs Video. Wer weiter beschauen will, der guckt dann einfach das nächste Video. Aber das ist jetzt schon ein bisschen lang. Ich danke schon mal fürs Schauen vom Video. Ich hoffe, euch haben schon mal die ersten drei Level geholfen. Die waren schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer. Muss ich ehrlich sagen. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo raus. Und verpasst keines der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne. Peace. Euer Resign 1.